herzlich willkommen liebe freunde des let's plays mit einer unglaublichen idee und zwar einem fantastischen spiel dass ich selber unglaublich liebe ich habe es noch nie gezockt aber es wird bestimmt fantastisch sein nennt sich free gutter ball golden pin boating ich kann eigentlich nicht sehr viel dazu sagen es ist ein spiel das ich umsonst bekommen habe wo werde ich jetzt nicht sagen es ist ein kleiner hinweis versteckt wenn ich ist ja auch nicht schlimm ich habe das zwei sekunden angezockt und werde mit euch jetzt ein unfassbares abenteuer leben und zwar ein bowling erlebnis wie es noch nie zuvor geschehen ist ich als absoluter profi bowler naja legen wir mal los hier habe ich schon mal meinen kommen wir mal einen player type name natürlich mal praktisch wenn man direkt erstmal keinen namen weiß ein gutter ich nehme ich einfach mal den gutter ball golden pin balling 3 g g g g p d f p d f zack schon mal dann haben wir mal was richtig geiles raus gefunden und dann sind wir schon dabei bei bloß ich brauche nur einen und zwar next ich muss das spiel doch kaufen okay egal gehen wir mal ab wie schnitz katze und laden oh stopp ich habe keinen sound natürlich peinlich oh was für eine animation wow ich bin begeistert so viel story hat man lange nicht mehr gesehen mal gucken ob ich hier irgendwas sound effects das werde ich natürlich hören music natürlich auch oh wow ein bisschen leiser oh das ist qualitativ sehr hohe musik das hört man sofort okay würde ich sagen play tutorial ja oder dann haben wir playman tutoriales oh komm ich will den spinatball da hier boah ey also ich bin echt kein bowling expert aber das ist ja wohl echt mal mega hässlich dieses oh nee der hat ihn mehr oh das ist der blue nebula ball und der hat nämlich speed nämlich einen mehr drauf ah nee ich bin nicht so der speed typ hier mehr kokain nein spaß ich nehme natürlich keine drogen selekte grab the ball swipe upwards to throw die wollen mich jetzt verarschen das ist ein ipad spiel oder was und wollen verkaufen das als mac spiel natürlich auch geil auch geil ok das denn ich habe da noch nicht mehr punkte oh gott ah oi 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 ja wie ihr seht ich bin ein absoluter pro oh tap to skip sechs sechs ja ich will mal eine 6 9 haben das ist doch geil ihr versteht was ich meine jetzt habe ich gar nicht gelesen was ich machen muss scheiße muss ich das ah moment ich muss das goldene treffen kann das sein curve your swipe to spin the ball oh wow 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 scheiße die musik gefällt mir da hat sich echt mal jemand richtig mühe gemacht auch diese unfassbare auflösung 6 14 ok ich habe ehrlich gesagt keine aim then spin send aim ja legen wir einfach mal los komm den goldenen komm 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 oh nein aber beim zweiten jetzt hole ich hier einen wie nennt man das nochmal wenn man da so gute punkte macht ach scheiße das wird nix nein komm genau da nein ach scheiße so was habe ich denn noch? specialiges ok ich kann aber noch mehr pass auf der geht der geht der geht golden yes oh der war geil der war mal geil ok oh nein 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 nicht spin nein nein oh digga machst du nicht fertig ey ach scheiße warum zeigen die denn eine wiederholung wenn du es total verscheißt jetzt bin ich da mal richtig oh geil den goldenen oh komm fall bing zack komm der geht komm der geht komm der geht komm 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 mach dir nicht ernst mein meine fresse ey das ist ein geiles spiel ok oh ich kann nicht mehr oh der devow will ich jetzt aber mal sehen also wenn der noch was trifft ey dann bin ich aber nah zu reden warum spinnt der denn sich nicht rein ok so als gehen wir aber mal ab oh oh poh ui was ist das denn eine bombe was ist das denn ich will doch nicht die ganze Bahnen kaputt machen ja würde ich sagen go oh tap to detonate mach ja nicht ernst jetzt ich pack jetzt den goldenen um oh nein nein geil wenn das klappt oh spare was soll ich denn sparen das war gut wie soll ich denn sparen egal hau mir noch einen raus Freunde wir haben ja nochmal so einen Pau ah nee jetzt ah ich verstehe das spiel langsam das ist jetzt weg oder weg und jetzt habe ich noch hier was was ist das ziamedische Drillinge oder und Autorennen ja komm hau mir mal raus ich nehme mir den Mist es rappelt in der Kiste ich nehme mir weg und du bist weg also nehme ich den CRM so ein Öffnungsventil oder was lange nicht mehr so einen Scheiß gesehen was ist das denn da drüber denn tap to split ah pfff bitter 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 split das ist natürlich immer scheiße so was muss ich jetzt machen wie mache ich das am besten ich spinne den da einfach rum zack genau so wollte ich das machen genau so so hatte ich mir das vorgestellt field gold earned ah da sind sie witzig hier field gold versteht ihr geil 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 so Freunde komm 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 wir haben noch den düsenjet hier raus ich glaube es war dumm ich hätte erst werfen müssen oh das ist natürlich geil Ich sag jetzt nichts dazu, das war ja wohl mega peinlich. Komm den goldenen, komm den goldenen, komm den goldenen, komm, 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 bam! In your face! Was für ein unfassbarer Wurf! Komm, einen hauen wir noch raus und dann sind wir auch fertig. Mit Pau ist nichts mehr, nee. Okay, dann mach ich jetzt mal so hier nochmal ein Sparer. Ui, 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 BAM! Zack, und jetzt volle Wucht da vorne drauf und dann sitzt das Ding. Komm, 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 der ist perfekt, der ist... Winner! Ist ja unfassbar, wenn du alleine spielst, ist der Winner, wirst du das nicht gedacht. Ja Freunde, das war die erste Folge vom unglaublichen Gatterball Golden Pinballing Fairy. Nächste Woche gibt es eine neue Edition mit unfassbaren Emotionen, tollen Spielzügen, wunderschönen Bällen und ganz viel Sparen. Vielleicht sogar mal... Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wenn man dieses Ganze auf einmal macht. Es ist... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Was für ein toller Tag, was für ein toller Abend. Auf Wiedersehen und wunderschönen Tag noch! Ohhhh... Ohhhh Nothing! Vielen Dank.